Was ich mir auf jeden Fall aus 2022 super nach 2023 mitgebracht habe, ist meine tolle Erkältung, die noch wieder richtig schön auflebt. Also ich freue mich, dass meine Nase immer schön zu ist und dass ich huste wie Dolle. Aber trotzdem damit erstmal frohes neues Jahr, Leute. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und habt eigentlich ganz schön und nett gefeiert, wie ich das auch gemacht habe, so im ganz mini-mini-Kreis hier und war aber trotzdem eigentlich ein ganz schöner Abend. Und es hat auf jeden Fall super funktioniert. Die Knallerei war natürlich endlos. Also die hatte hier auch um zwei Uhr noch kein Ende gefunden. Ich denke mal, das war sehr, sehr ähnlich bei euch. Allerdings hier in der Straße null. Die meisten Leute waren auch irgendwo weg, auswärts bei Freunden oder sonst wo. Und dementsprechend gar nicht erst zu Hause. Aber es gab auch gleich die ersten, ja, die ersten kleinen Überraschungen. Die gab es schon einen Tag vorher. Also noch am 31. Ne, am 30. gab es die erste kleine Überraschung hier in Clash of Clans. Erstmal seht ihr hier in meinem Bild jetzt auch, gibt es natürlich den neuen Pass mit dem Champion Warrior, also mit der Champion Krieger. Und wenn ihr das Set nicht habt, wie ich es nicht habe, denn ich habe den King nicht, den finde ich schäbig. Ich finde den King sehr, sehr schäbig. Und dafür 12 Euro zu verlangen, ist schon eine Unverschämtheit. Könnt ihr den natürlich rauskaufen. Und dann habt ihr das Krieger-Set komplett. Denkt dran, dass ihr immer einen Creator-Code hier eingebt. Am besten ihr zu. Ich glaube, das ist der Einzige, der im Moment überhaupt was macht. Und deswegen nochmal der Hinweis drauf. Also, falls ihr bei den schönen Angeboten hier zuschlagt, wie ich gerne zuschlagen würde, das wisst ihr genau. Denn die Angebote hier sind wirklich, wirklich gut. Aber ich hatte dann die erste Überraschung noch am 30. Denn ich bin ja im Moment hier am Digi-Machen. Das heißt also, in zwei Tagen, 53 Minuten ist mein Digi fertig. Aber in einem Tag und 20 Stunden sind die Clanspiele rum. Und ich wollte mir die Rewards hier hinten noch rausholen. Also hat mir ein findiger Zuschauer gesagt, Thorsten, das kannst du über Siri machen. Ja, habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann also über Siri gesprochen. Siri, mach mir mal bitte eine Erinnerung. Clanspiele in vier Tagen. Das hat Siri dann auch übernommen. Aber ihr könnt jetzt mal gucken, wie Siri das übernommen hat. Ich habe dann vorhin mal einen Screenshot gemacht. Weil wir haben hier so abgelacht. Das könnt ihr euch gar nicht glauben. Ja, Siri meint, wir müssen daraus einen Klarspüler machen. Okay, dann machen wir mal aus der Clanspiele einen Klarspüler. Liegt aber auch sehr, sehr nah. Wenn ich ab und zu mal eine längere Sprachpause mache, Leute, dann liegt das daran, dass ich immer am Husten bin. Ich möchte die Aufnahme aber nicht jedes Mal starten, stoppen, starten, stoppen, starten, stoppen. Okay, erste Überraschung. Zweite Überraschung war dann natürlich, alles war hier pickepacke voll. Ich hatte nichts im Pass drin. Das heißt, nein, alles war voll hier. Vom Pass noch, von den Rewards des letzten Passes. Also schnell den Pass gekauft. Das heißt, nicht gekauft den Pass, sondern ich habe ja in der Regel hier Pässe auf dem Account. Und hatte aber nur nicht genug für die anderen Accounts. Das heißt, erst mal hier, dann den Pass gekauft. Es gab auch wieder die 200 Punkte. Also scheinbar ist das jetzt eine Sache, die bleibt hier bei Clash of Clans. Also ich habe davon geträumt, dass das nur eine einmalige oder eine zweimalige Sache war, die es gab. Das ist auch ganz, ganz komisch. Ich habe tatsächlich geträumt, dass wenn ich mir heute Morgen den Pass kaufe oder gestern Morgen den Pass kaufe, dann gibt es diese 200 Punkte nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das kommt. Aber es war tatsächlich so. Also erst mal alles ausgegeben. Dann wollte ich natürlich auch dem Avatar wieder den Pass gönnen, weil mit dem war ich auch ganz, ganz eng. Ich musste vor allen Dingen mit den ganzen Accounts hier noch angreifen. im Clankrieg und bin dann über die Supercell-Seite gegangen, also store.supercell.com. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass der Pass eigentlich kostet 17,97 Euro mittlerweile. Wir gehen mal eben auf ein Kaufdorf. Beim Donnerbengel gehen wir mal rein. Also nicht auf ein Kaufdorf, sondern auf ein Dorf, wo es... wo ich den Pass noch kaufen könnte. Und zwar, okay. Und zwar, wenn ich mir jetzt hier den Goldpass hole, 5,99. Im Moment kostet der Goldpass, wenn man einkauft, 5,39 Euro im Angebot. Aber auf der Webseite steht schon, könnt ihr selber gucken, 6,99 Euro. Das heißt, demnächst wird der Goldpass 6,99 Euro kosten. Und im Moment ist er noch im Angebot, nämlich genau zwei Tage und ein paar Minuten. Das heißt wiederum, dass der Pass, ja wie gesagt, demnächst 6,99 Euro wohl kostet. Und wenn ich dann wieder in den Supercell Store reingehe, das mache ich jetzt nicht, sondern ich gucke da im Hintergrund rein und er tatsächlich 17,97 Euro dann regulär kostet, dann ist er nicht mehr billiger. Dann ist der Preis 1 zu 1 und es lohnt sich gar nicht mehr, hier die Bundle zu kaufen. Auf mich wundert das so ein bisschen, da Supercell, die sind wie ich geht, weil ich habe eigentlich immer gedacht, der Store, haben sie ja auch immer für geworben, ist immer etwas günstiger. Aber in dem Fall ist der Store dann nicht mehr günstiger. Oder ich verkenne das, dass der Pass vielleicht demnächst 7,99 Euro kostet. Dann haben wir natürlich die Ersparnis, wenn wir den für 17,99 Euro drei Monate kaufen. Ich bin eben im Hintergrund schon wieder auf die Store geschlittert. Ich zeige euch mal den Ausschnitt von der Seite, den ich gestern gemacht habe. Also 17,97 Euro, irgendwas läuft da im Moment nicht ganz richtig bei Supercell, denn die anderen Sachen sind tatsächlich noch günstiger, wenn man dort die Juwelenkisten zum Beispiel kauft. Das ist nach wie vor günstiger, aber das mit dem Pass, entweder habe ich da was verpeilt, Leute, oder aber es stimmt, dass der Preis demnächst 1 zu 1 ist. Das heißt, drei Monate kosten 17,97 Euro und ein Monat kostet 5,99 Euro. Oder beziehungsweise demnächst vielleicht 6,99 Euro. Bei 6,99 Euro, dreimal 7 Euro sind 21, zu 17,97 Euro. Das würde natürlich passen, aber der Pass noch mal einen Euro wieder teurer geworden pro Monat. Das finde ich ganz schön viel. Das muss auch irgendwo immer so ein bisschen im Rahmen des Erklärbaren sein, warum das so ist. Weil einfach nur so zu sagen, ja, für unsere Mitarbeiter ist ja auch alles teurer geworden, also müssen wir euch einen Euro mehr aus der Tasche ziehen. Das ist natürlich auch nicht der richtige Weg. Und dass da geht Supercell sicherlich mal wieder, finde ich, einen kleinen Schritt zurück. Ja, wir gehen auf jeden Fall Schritte nach vorne. Ich habe noch ein bisschen Events zu spielen. Mache ich jetzt aber mal so ein bisschen in Offline-Situationen für euch. Aber die nächste Liga geht los. Ihr seht schon das gekreuzte Schwert. Und ich werde heute Mittag auch starten. Wer jetzt nicht raus ist hier, der ist halt nicht raus. Und denn wir starten immer eine 15er. Ich habe jetzt 44 Leute selected. Aber ihr seht, wir haben ja auch viele 12er, 11er. Den habe ich das Angebot gemacht. Leute, ihr könnt in einen anderen Clan gehen. Machen die alle nicht. Dann bleiben sie halt hier und spielen nicht. Das ist mir dann auch egal, muss ich sagen. An der Stelle tut mir natürlich leid, dass die dann nur diese Trostmedaillen kriegen, obwohl sie im Clan Free-to-Play oder Deutschland-Ad die Liga mitspielen könnten. Machen sie dann aber nicht. Wer nicht will, der hat schon oder so. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach nur, dass wir zu niedrig spielen. Keine Ahnung. Wir spielen hier wieder mit 7 oder 8, glaube ich. Rathäusern, Rathaus 14, Rathaus 15 schuldig bitte mit 7 Stück. Ja, das ist ganz schön viel. Und dann kommt schon 14er. Sieht sehr gut aus. Unten haben wir immer noch 13er. Ihr seht, das Sparkling Kai Beckensprung. Die können auch bleiben. Sarius kann auch bleiben. Killer setze ich sowieso nicht ein. Den schmeiße ich raus. Und dann können wir durchtauschen. Die unteren kommen auch nicht zum Zuge. Also ich werde da unten jetzt nicht rotieren ohne Ende, bis jeder seine 8 Sterne hat. Ich möchte die Liga nämlich ganz normal für mich rüberbringen. Oder für die Jungs und Mädels hier rüberbringen. Und deswegen schreibe ich gleich nochmal eine Mail, dass die Leute wechseln können. Wer dann bis zum Tag oder bis zur Stunde X nicht gewechselt hat. Wie lange haben wir denn eigentlich noch Zeit? 20 Stunden, 12 Minuten. Ja, das reicht auf jeden Fall. Und dann starten wir drüben bei Free2Play auch. Und dann sehen wir wieder ein bisschen mehr aus der Liga. Und bleiben auf jeden Fall am Ball. Ich hoffe, das bleibt ihr auch. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen hoch oder abonnieren nicht vergessen. Auch im neuen Jahr bitte nicht. Und dann sehen wir uns in jedem Fall mit neuen Videos bei mir auf dem Kanal wieder. Und nochmal für die, die jetzt erst eingeschaltet haben. Frohes Neues. Ja, bis dahin. Euer Toto. Clashed. Ja, bis dahin.